Willkommen zurück zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal und wir spielen wieder ein wenig ja mein Gehirn, es hängt. Was spiele ich? Role Queue. Role Queue spielen wir Freunde mit Moira und wir sind immer noch beim Einranken. Und die letzten Matches sind ja auch einfach alle richtig scheiße. Und ich habe eine Menge verloren von dem Kram. Ist der? Ich wollte gerade sagen, ist der Hanzo da weg? Okay nein ist er nicht. Ja Bruder lasst mich doch hier kurz auf den Punkt überhaupt gehen. Ich habe niemanden Hanzo fertig getötet gehabt. Geht das? Du müsstest einmal nach unten bouncen. Jo das ist fein, das ist fein. Top. Das freut mich sehr. Ja und weiter. Ich kann hier bestimmt. Oh mein Gott. Über die. Nein, nein, nein. Er wollte mich. Er wollte mich. Er hat mich. Gut. Dann lass uns weitermachen. Jo Heilung muss raus. Oh Raphara. Okay Bub macht aber. Ich finde es auch sehr ehrenwert By the way dass Bub auf dem Jack Punch also hier auf dem Pay Dog Schild. Ich mag das sehr weil ich halt deutlich weniger Reichweite habe und dadurch halt weiter vorne existieren kann um Affen zu heilen und so. Au Au Au. Und wo denn? Oh ein Kree. Okay okay. Okay Bub macht das da oben. Das ist gut. Dann greife ich die Ana in der Zeit an. Weil ich halt da oben jetzt gar nicht so schnell hingekommen bin einfach. Au 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 Au. Ich verbrenne. Nein. Der Affe. Wo ist der denn hergekommen? Aber ich glaube ich muss switchen. Die haben viel zu viel mit Reichweite. Das macht halt gar keinen Sinn wenn ich da jetzt weiter Amara spiele. Ana wäre halt eigentlich auch hier auf Ana kommen. Weil die haben viel auf Range und Ana ist auf Range. Kiriko zwar auch. Aber da muss ich mehr predikten. Und mit Ana kann ich vielleicht mit dem dicken Affen auch einfach mal kurz Digga einschläfern. So die Idee hinter dem Ganzen. Ich weiß aber nicht wo der Kree gerade ist. Das macht mir ein bisschen Angst. Weil der bimmelt irgendwo hinter uns rum. Da bin ich mir sehr sicher. Nein. Heute nicht. Och Bub du kleiner. Digga. Du Piss. Du Pisser Bub. Digga. Mann. Der Affe hätte mich also. Er hätte mich nicht getötet wenn Bappi nicht aufgeweckt hätte. Das ist ja so Arsch jetzt gewesen. Meine Rockets sind dir. Aber komm geht er. Ja dann halt nicht. Ok wenigstens weiß halt dass er beim Payload geheilt wird. Wir sollten eine Mercy haben. Nein wir sollten nicht helfen. Ok. Nein eigentlich sollten wir keine Mercy haben. Eigentlich solltest du einfach nicht Fairer spielen wie die. Oh mein Gott was ein Scheiß Nate. Einfach halt nicht Fairer spielen wenn die Gegner halt zwei, drei Hitscans haben. Was halten wir denn davon? Ja. Fick dich bitch. Wie ist denn der Kree? Oh nicht gut. Nicht gut. Oh mein Gott. Ich habe halt nicht mal mehr geschossen. Schade. Wie? How he killed me? Ich bin fucking Support. Da ist ein DPS. Und ich hatte keine Billet. Ok gut ich habe den Sleep gehabt. Aber ich habe halt nicht getroffen. Ich bin halt scheiße mit Ana. Ja komm Bob töte ihn. Oh mein Gott. Ok wir gehen jetzt scheinbar aber oben rum. Ist das aber in Ordnung für mich eigentlich? Wir haben jetzt ein bisschen Highground auf unserer Seite. Ist ja auch schon mal nicht ganz so wenig wert. Digga. Oh mein Gott. Aha. Mann. Du hast mit Ana aber auch keine Chance ne? Ja wow. Digga spiel doch nicht fucking Fairer bitte. Wirklich. Der Bastion hat recht. Hör auf den Bastion. Mein Gott. Ich weiß auch nicht ob Ana gerade so smart ist. Wahrscheinlich nicht. Aber ich halte die Farmer jetzt glaube ich einfach nicht mehr. Ist mir egal. Ich werde jetzt bei den Bastion stehen. Halte den Bastion schön hoch und freu mich. Ich komme halt hier auch nicht durch. So die Ash pimmelt da vorne halt rum. Und. Ich halte gar nichts. Ist halt ein bisschen scheiße gerade die Situation so. Ja bitte schön. Oh mein Gott. Nein Bitch. Lass mich in Ruhe. Ich finde es ist aber auch so schmutz dass man immer als Support getargetet wird. Also ich meine ich verstehe es. Das macht Sinn. Ich werde doch lieber sterben. Das fand ich jetzt auch ehrenlos. Okay. War ich zu sehen. Sieht man leider nicht. Weil von der Line of Side. War ich meine ich nicht zu sehen. Ich bin auch. So ein Schmutz Support schon wieder. Ja. So. In den gegnerischen Mersi einfach alleine. So viel wie. Wappen nicht zusammen. Cool. Aber irgendwie ist unser Team Setup auch insgesamt halt jetzt nicht so Bombe. Muss ich sagen. Ich würde halt den Reinhardt eigentlich ganz gerne heilen noch. Ja. Perfekt. Perfekt. Das war sozusagen quasi der Plan. Das war sozusagen der Plan. Ja. Oh mein Gott. Weg doch nicht die scheiß gesleepten Leute immer sofort wieder. Ja. Ne. Ist mir egal. Ich gehe weg. Oh Gott. Das geht. Gut. Wir verteidigen. Nachdem wir ja den ersten Punkt eigentlich gut eingenommen haben. Hat es ja danach stark nachgelassen. Meine Pharah hat gerade im Chat auch noch geschrieben. Und sie refused halt äh. Was anderes zu spielen gegen drei fucking Hitscans. Oh mein Gott. Okay. Jetzt sind es nur noch zwei. Okay. Ja. Oder einer. Ich weiß nicht. Egal. Letzte Runde auf jeden Fall. Ist halt dumm. So. Au. Au. Aua. Und ist halt schön wenn sie so ein Air Battle gegen eine andere Pharah gewinnt. Aber wenn sie halt in der Zeit von einer Asch aus der Luft gesnipelt wird. Ist halt trotzdem Schmerz. So. Mein Tank ist gerade auch aktiv dabei sich umzubringen. Digga. Ich habe keine Heilung für dich. Oh mein Gott. Mach doch nicht diesen. Ich muss mal kurz an Leuten zacken. Ja. Bruder muss los. War mein Glapsschild oder irgendwas. Keine Ahnung. Stell dich vor mich dahin. Aber wo ist Fahrer? Ich funktioniere halt nicht wenn ich dich an Leuten zacken kann. Wo ist denn mein Team? Da vorne. Hanna du lebst. Du lebst. Du lebst. Bitte lebe. Ah. Paira. Ja Bitch. Lebt doch auch. Ich mein klar. An sich. Wir haben erste Runde jetzt zwar auch einfach reingeschissen beim Sachen schieben. Potenziell ist es natürlich immer möglich dass man jetzt den ersten Kunt einfach das defendet oder so. Glaube ich noch nicht dran. Das ist nur ein Nachbarkeitsding. Einfach irgendwie an dem Punkt. Ja. Einmal kurz reinulten um den Tank am Leben zu halten. Und nebenbei vielleicht ein paar Supports müssen. So mein Gott. Abzufacken. Ja. Da wird mein Tank. Die Ult habe ich auch sehr schnell gehabt. Und sehr schnell wieder gestorben. Ja. Jetzt flammt die Pharah mich völlig. Ich weiß halt nicht auf welchem Betrieb die Pharah halt ist. Ich sehe sie halt nicht wenn sie halt hinter mir rumpimmelt. The fuck. Stell dich halt vor mich sprich im Chat weiß ich nicht. Aber wenn mein Tank stirbt oder meine Pharah stirbt. Selbst wenn ich sie gesehen hätte würde ich halt immer lieber mein Tank heilen als meine Pharah heilen. Ist einfach so ein Ding von was halt Sinn macht. Ja. Schade. Hallo Ash. Was tust du da unten so. Mein Tank macht halt eigentlich einen ganz guten Job eigentlich. Ja. Aber ja. Okay. Schade. Ich hätt's ihm gegönnt. Schade. Aber ich glaub das wird ordentlich nichts. Da muss ich mal ganz fix die Ult. Was ne was für Ult. Äh. Heilkugel reinschmeißen. Ähm. Bisschen an Mauga sucken wir halt. Ganz geil ne. Ich muss halt viel mehr heilen als ich halt Leute sucken kann. Weil ich die ganze Zeit niemanden sehe noch. Ja. Steht bitch. Oder so. Dann halt nicht. Oh. Betriemer ist hier am Start. Auch fein. Ich kann die Pharah halt die meistens sowieso nicht erreichen. Und so. Sie ist halt. Way out of range. So. Oh oh oh. Ja. Die haben eine schöne Sache. Ja. Das kann ich halt nicht autilen. Au. 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 Die Ash fucken. Ja doch immer noch die Ash ne. Die fucken mich so gigantisch ab. Okay. Ich habe eine Ult aber wieder. Damit kann ich arbeiten. Weil falls mein Tank jetzt mal entscheidet sich äh. Drauf zu gehen. Kann ich dem vielleicht zumindest kurzzeitig entgegenwirken. Ja ungefähr so. Nevermind. Nevermind. Ich kann dem noch nicht entgegenwirken. Ja. Perfekt. Ja. Ich habe den Cage gesehen. Hab Ult gedrückt. Tank war aber. Oh ja. Schon. Glaub ich drei Sekunden wie viel tot. Da hatte ich gar keine Chance mehr den Tank zu heilen. Ja. Ne. Können wir vergessen. Wow. Woah. Oh ja. Bye.